Ja moin meine Freunde und willkommen zu MeinWeg Nummer oder Folge 3. Ich bin jetzt hier mal wieder am Start, hab Ewigkeiten nicht gezockt, gefühlt jedenfalls, das sind nur 4-5 Tage. Aber hab auch kein Training, sonst irgendwas jetzt gemacht bei Rocket League jedenfalls. Und ja, ich will einfach mal versuchen zu zeigen, oder ich werde es wahrscheinlich gleich selber erfahren, wie es ist, wenn man einfach ins Spiel reingeht, ohne zu trainieren, ohne irgendwas zu machen. Und ja, wir werden sehen wie das funktioniert, ich suche hier einfach mal, was such ich denn mal? Ah, die Einzelstandard ist natürlich eine traurige Angelegenheit, da komm ich irgendwie auch nicht richtig raus, muss ich sagen. Ja, ich suche einfach mal alles 3, sonst wird dann einfach irgendwas davon werden. Ja, dann sehen wir uns gleich. So, da haben wir auch schon ein Game gefunden, 2 gegen 2, also das Schwierigste. Oh, das wird schlimm, oh, das wird schlimm, oh, das wird schlimm. Oh, das wird schlimm, 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 oh, das wird schlimm. I'm not even ready. Oh, das fühlt sich schon ein Teil kacke an. Upsala. Wie gesagt, oh Junge, und dann bin ich auch noch relativ müde, weil ich witzigerweise nur jetzt aufgestanden bin. Das, äh, sieht mir nach einem guten Abenteuer aus. Naja, erstmal konzentrieren. Da könnte gut kommen. Ne, ah, da. Okay, jetzt wollen wir hier mal ein bisschen vorne. Den nimmt er nochmal. Ah, der war nicht so geil. Ja, war schon mein Fehler, muss man sagen. Wollten blocken, ich dachte mir, er kann ihn an meinem Mail vorbei sneaken. Und ich kriege ihn sonst nicht mehr. Naja. Ich will mich auf jeden Fall auch gar nicht jetzt aufregen, groß. Weil mir war ja eigentlich klar, dass es scheiße wird. Ja, ist schon guter. Schön. Aua, Junge. Da hab ich einfach nur ein bisschen Druck gemacht, ne. Zack, ist das Ding drin. Also. Ich bin jetzt nicht mein Verdienst, aber. War auf jeden Fall gemütlich, dass ich da hinterhergegangen bin. Warte denn, ja. Der kommt zurück. Der fährt einmal nach hinten. Ah, er geht hoch. Hätte ich auch bis in den Flur auch gehen können, aber. Oh, ich dachte, der kann es nicht mehr zu mir spielen. Wahne. Alles klar. Es sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr holprig aus. Ich mag das schon selber. Ich komme auch an der Seite, falls ich den nicht verleihen kann. Und da haben wir jetzt nicht mehr. Das ist ein bisschen. Schön, der Pinch. Wo ist der Meter drüben? Schön. Sehr schön, sehr schön. Ich rede halt nicht so viel, ne. Ich muss mich halt schon dolle konzentrieren, damit ich hier auch irgendwas treffe. Das war ein scheiß Pass Er geht halt auch auf viele Bälle Oh mein Gott Alter ich spiel halt so eine Rotze Das wird locker damit Schade ich da war ich kurz vorm Playmobil dieser Geil Ja gut das Ich bin auch auswählen gerade ob die Leitershöhe kommt Ich hab auch einfach nicht damit gerechnet Er hat versucht ihn vor unserem Tor innen am Gegner vorbei zu spielen Das heißt wenn der Gegner ihn irgendwie blockt oder berührt Soll ich sofort auf unser Tor gehen War nicht das cleverste Aber ich kann mich über meinen Maid absolut nicht beschweren Das wollte ich nur gesagt haben Aber er regiert auch nicht wenn ich sorry sage oder so Also werde ich jetzt auch nicht mehr machen Weil keine Ahnung Scheint er es zu ignorieren Bisschen schneller Bisschen gerader fliegen Vielleicht auch angekommen Sehr schön Hat er nochmal Ok er macht sogar alleine Achtung 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 Ich dachte die ganze Zeit erspielen vielleicht noch andere Ahhhh Schön geblockt von denen Wow Da hätte ich nicht sein müssen Alter, fliegen ist auch total schwierig gerade Das ist aber ultra schwierig alles Also es wird langsam gerade im Laufe des Matchs besser Brutal Wow Ich hab die Zeit mitgekommen Okay langsam Ich glaub ich mach's mit meinen Kommentaren noch nicht besser Out Ne Ne der muss rein Was schönes Spiel eigentlich von mir Aber wenn nicht, der muss ja schon ziemlich safe rein machen So schwierig war der nicht Geht der hoch? Ne ich schreib mir jetzt einfach mal nichts Eieieiei Okay Es war ungefähr genau das was ich mir gedacht habe Ähm Ja 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 Ja